Die Montage der Gasdruckfedern sollte nur bei abgelegter ExoEvo erfolgen. Um die Gasdruckfedern zu installieren, stellen Sie den Schalter des Federantriebs auf Ein. Bewegen Sie vorsichtig den Arm nach oben in die vollständig aufrechte Position. Wählen Sie die gewünschte Gasdruckfeder und schrauben Sie sie dann in den Federantrieb. Die Feder sollte sich leicht einschrauben lassen. Ist dies nicht der Fall, vergewissern Sie sich, dass der Antrieb eingeschaltet ist. Drehen Sie die Feder ein und ziehen Sie sie handfest an. Führen Sie den Arm vorsichtig nach unten in die vollständig abgesenkte Position. Schalten Sie den Federantrieb aus.